Vom Tellerwäscher zum Millionär. Diesen Spruch kennen sicherlich die meisten. Man deutet damit den Werdegang einer Person an, die als Tellerwäscher einer eher schlecht bezahlten Arbeit angefangen hat und es dennoch am Ende zum Millionär gebracht hat. Viele halten diesen Spruch für ein Märchen. Eine nette Vorstellung, aber so etwas kann man doch gar nicht schaffen. Ein Blick zurück in der Zeit beweist das Gegenteil. Es gibt seit Anbeginn Geschichten von Menschen, die mit nichts angefangen haben und am Ende alles hatten. Doch was viele nicht wissen ist, dieser Spruch vom Tellerwäscher zum Millionär hat so niemand gesagt. Dieser Satz ist der Titel von einem Buch aus dem 19. Jahrhundert und was so gut wie keiner weiß ist, was kommt denn, wenn man es geschafft hat? Mal angenommen, du beginnst etwas und nach einer gewissen Zeit bist du reich Millionär. Ja, was ist dann? Eines ist auf jeden Fall gewiss. Bist du erfolgreich und reich, wollen sehr viele Menschen etwas davon abhaben. So mancher will alles. Dem US-Amerikaner Werner Hartmann ist etwas gelungen, das nur sehr wenige schaffen. Er hat mit nichts angefangen, hat viel gearbeitet und wurde so schließlich sehr erfolgreich und auch sehr reich. Wie hat er das gemacht? Nun fangen wir von vorne an. Man hört es schon an seinem Namen. Geboren und aufgewachsen ist Werner in Deutschland. Der Schwarzwald war sein Zuhause, auch wenn nicht ganz klar ist, wo er genau gewohnt hat. Das ist ja ein sehr großes Gebiet, aber dazu sage ich später mehr. Ich nutze jetzt einfach mal die Gelegenheit und grüße alle, die da wohnen. Das haben wir ja nicht so oft und dort ist es wirklich sehr, sehr schön. Ich sollte vielleicht auch noch kurz sagen, dass ich den Namen Werner so aussprechen werde. Eigentlich müsste ich ja Werner sagen. So wird man ihn später in Amerika gerufen haben. Aber ich musste leider bei der ersten Aufnahme feststellen, dass mir dieses Werner beim Sprechen auf Dauer einfach nicht gelingt. Die Betonung ist nicht so flockig, wie ich es gerne hätte. Darum werde ich in diesem Video Werner sagen. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Wie schon gesagt, Werner ist in Deutschland geboren und aufgewachsen. Im Jahre 1961 entscheiden seine Eltern, dass sie in die USA auswandern. Werner ist da 17 Jahre alt und wie man sich vorstellen kann, war die erste Zeit im Land der unbegrenzten Möglichkeiten alles andere als einfach. Werners Eltern hatten schon in Deutschland kaum Geld. Jetzt war noch weniger da. Ja, dann mussten sie eine neue Sprache lernen, sich komplett umstellen und neu orientieren. Das ist nicht einfach. Der Grund, warum die Stadt nicht bekannt ist, in der Werner aufgewachsen ist, der, dass als er und seine Familie mit dem Schiff in New York angekommen sind, haben sie den Namen einfach nicht angegeben. Sein vollständiger Name war Josef Werner Hartmann. Bei Wohnort steht nur Black Forest und das ist auch noch falsch geschrieben. Ich denke mal, die Behörden konnten vielleicht einfach nicht den Namen der Stadt, in der die Familie vorher gewohnt hat, verstehen. Werner hat in den USA direkt angefangen zu arbeiten. Das war für ihn nichts Neues. Das hat er schon in Deutschland gemacht. Er hat jeden Job angenommen, den er kriegen konnte. Geld war damals in einigen Haushalten knapp. Viele haben den Nachwuchs schon mit 14 zum Arbeiten in die zum Beispiel Fabrik geschickt. Jeder Pfennig war wichtig. Und Werner wollte auch selbst arbeiten, sich etwas aufbauen, weil er hatte ein Ziel. Er will das nicht für immer so machen. Immer nur leben von Zahltag zu Zahltag. Werner ist in die USA gekommen, um das zu schaffen, was keiner in seiner Familie je vor ihm geschafft hat. Er will reich werden und das will er schaffen, indem er sehr viel arbeitet. Nie wieder kniffeln, ob das Geld bis zum Monatsende reicht. 1963 zieht die Familie nach Chicago. Werner hat alles gemacht, was möglich war. Er hat auf Flohmärkten Sachen verkauft, hat Jobs angenommen, wo man von Tür zu Tür geht, den Leuten Dinge verkauft und dann Provisionen kriegt. 1964 trifft Werner auf Vesely, eine Kellnerin, die alle Y nennen. Sie wird später sagen, es war Liebe auf den ersten Blick. Werner sah aus wie einer von den Beatles. Er hatte ein wunderschönes Gesicht, hatte Humor, war fleißig, freundlich und ein Gentleman. Schnell werden sie ein Paar und heiraten im darauffolgenden Jahr. Aber bekommen bald zwei Kinder namens Laura und Eva. Werner merkt schließlich, okay, das alles klappt doch nicht, so wie ich mir das vorgestellt habe. Einfach nur jeden Job annehmen, wird ihn nicht zum Millionär machen. Er hat immer diese Jobs angenommen, wo man anfangen kann, egal ob man jetzt Erfahrung hat oder nicht. Gut bezahlt werden diese meistens eher nicht. Chancen auf eine Beförderung sind selten. Jetzt musste Werner auch noch eine Familie ernähren. Dieses System hat für ihn ab diesem Zeitpunkt einfach nicht mehr funktioniert. Darum überlegt Werner sich, was kann ich am besten und was macht mir Spaß. Er hat verstanden, dass Ehrgeiz alleine ihn nicht mehr weiterbringen wird. Er braucht eine Arbeit, die ihm eine Zukunft garantiert. Im besten Fall ist das etwas, das ihm Spaß macht. Und so kam es. Werner gründet ein Geschäft für Autoradios. Ja, heute beeindruckt diese Idee wohl niemanden mehr, so ziemlich jedes Gerät kann heute Musik abspielen. Es gibt sogar Toaster, die auch ein Radio sind. Aber damals in den 70er Jahren war das eine absolut glorreiche Idee. Das kam da ja erst. Musik hören, während man Auto fährt, ob Radio oder Kassette. Das war damals phänomenal. Werner wusste, verkaufen kann er am besten. Das macht ihm Spaß und er hat in Deutschland in einem Elektronikfachgeschäft gearbeitet. Also war diese Idee perfekt für ihn. Er hatte das Grundwissen und hat sich dann ein Unternehmen aufgebaut. Autoradios waren damals sehr, sehr teuer und auch kompliziert, eine passende Anlage auszusuchen und auch einzubauen. Das kann nicht jeder. Werner hat damit angefangen, dass die Leute ihn angerufen haben. Er ist dann zu ihnen nach Hause, hat sich das Auto angesehen, hat dann gesagt, was möglich ist. Der Kunde hat dann auch nochmal gesagt, was er möchte. Musikanlage hier und wir brauchen Bass da. Werner hat alles gekauft, eingebaut und diesen Service hat er dann in Rechnung gestellt. Damit hatte er es geschafft. Er hatte etwas gefunden, das ihm seinen Traum vom vielen Geld eines Tages ganz sicher erfüllen wird. Jetzt muss er nur wie immer fleißig und ehrgeizig sein. Wie gesagt, diese Idee war damals etwas Einzigartiges. Versteht mich nicht falsch, die Familie musste immer noch nach wie vor sehr viel sparen, aber jetzt wusste Werner endlich, in welche Richtung er gehen muss. Sein Geschäft lief gut. Bald reichte das Geld, um eine kleine Werkstatt anzumieten. Jetzt sind die Kunden zu ihm gekommen. Er konnte alles direkt und vor Ort einbauen. Die ersten Verkaufsräume, die er angemietet hat, waren super alt. Die Familie musste immer noch sparen, was möglich war. Sie haben dann im Hinterzimmer gewohnt, wo es keine Dusche gab. Aber alle haben Werner unterstützt, weil sie alle gespürt haben, das zahlt sich eines Tages aus. Und so war es dann auch. Nach einigen Jahren voller Arbeit macht Werner sich in der Stadt Chicago einen Namen als der Stereokönig. Die Menschen stehen irgendwann Schlange, um sich von ihm beraten zu lassen. Der Laden war jeden Tag offen, von Montag bis Sonntag. Und dann war er endlich da. Der berufliche Erfolg und dadurch eben auch sehr viel Geld. Werner wird Millionär. Alles wurde damit einfacher. Er konnte Mitarbeiter einstellen, bessere Verkaufshallen anmieten, die eine Klimaanlage hatten. Er konnte seiner Familie ein Haus kaufen. Alles war 1977 viel entspannter. Besser. Zumindest oberflächlich. Die Sache war die. Werner hatte immer nur ein Ziel vor sich. Und das hieß reich werden, damit alle, die er liebt ist, einmal besser haben. Doch genau dieses Ziel sorgt dann dafür, dass seine Ehefrau Y 1978 die Scheidung einreicht. Y hat Werner über alles geliebt. Sie hat ihn auch immer in allem unterstützt. Das war nicht das Problem. Sie selbst hat auch in der Firma gearbeitet. Sie hat die Buchhaltung gemacht. Aber Werner war halt durch die Arbeit oft nicht da. Das hat ihr am Anfang nichts ausgemacht. Aber als das Geld dann da war, ist Werner nach der Arbeit lieber ausgegangen. Er genoss seinen Reichtum, war Mitglied in einem Herrenclub, hat das Geld, was er hatte, ausgegeben für teure neue Hobbys. Y hat immer gedacht, wenn Werner erfolgreich ist, dann ist er endlich mehr zu Hause und bemüht sich, alles, was er durch seine Arbeit immer verpasst hat, nachzuholen. Aber das war nicht so. Werner hatte all die Jahre, nur drei Tage im Jahr frei. Das waren den wichtigsten Feiertagen. Er hat viele Meilensteine seiner Töchter verpasst. Und anstatt jetzt Zeit mit seiner Familie zu verbringen, geht Werner lieber abends bis in die Puppen aus, ohne seine Familie. Y hat dann zu ihm gesagt, so geht das nicht. So habe ich mir das nicht vorgestellt. Ich habe keine Geduld mehr. Ich habe dich all die Jahre unterstützt, habe zu Hause alles gemacht, nebenbei noch im Laden gearbeitet. Jetzt haben wir Erfolg und Geld und du bist noch weniger zu Hause als vorher. Ich sitze nur noch daheim und warte, bis du heimkommst. Mal abgesehen davon, dass Y nie wusste, was Werner draußen so genau macht. Also wenn er unterwegs war, hat er sich schon benommen. Aber sie wusste ganz genau, er ist jetzt berühmt und reich. Das wussten alle in Chicago. Und die Vorstellung, dass abends, wenn er ausgeht, sicherlich viele Frauen ihm schöne Augen machen. Y wollte darüber gar nicht nachdenken. Und sie hat dann zu Werner gesagt, sie hat den Eindruck, dass er einfach seine Freiheit braucht. Und das ist okay für sie, aber sie ist an dieser Stelle dann raus. Sonderlich glücklich war Werner darüber nicht, aber er wusste schon, Y hatte recht. Werner war gerne Papa. Er hatte immer nur diesen einen Plan gehabt. Dieser Wunsch hat sich jetzt erfüllt und er merkt jetzt selbst, dass er in all den Jahren vieles verpasst hat und er wollte auch frei sein, um das alles nachzuholen. Die Zeit lieber mit den Menschen zu verbringen, die zu Hause auf ihn warten und die ihn lieben, das war für Werner nicht an erster Stelle. Ihm gefiel seine neue Rolle. Der reiche Geschäftsmann, der überall angesprochen wird, wenn er durch die Stadt läuft, das mochte er mehr. Werner und Y hatten nach wie vor sehr viel Liebe füreinander übrig. Das Ganze ging dann total flockig über die Bühne. Werner darf die Töchter sehen, wann immer er will. Und der Umgang zwischen den beiden war nach wie vor sehr freundlich und auch respektvoll. Sie haben oft miteinander telefoniert, sich ausgetauscht, sich gegenseitig besucht. Sie waren auch alle zusammen essen. Die Töchter haben später erzählt, danach hatte er noch weniger Zeit für uns. Wir waren oft essen und da hat er dann nur erzählt, wie toll jetzt alles ist. Er genoss die Tatsache, dass er jetzt machen konnte, was er will. Auch wenn er zwischendurch immer wieder gesagt hat, naja, am liebsten wäre es mir, wenn wir wieder alle unter einem Dach wohnen. Aber aktiv etwas dafür getan hat er nicht. Mit einer Sache hatte Y auch recht. Die Frauen in Werners Nähe flogen auf ihn wie Bienen auf ein Stück Käsekuchen. Jetzt, wo er Single war, noch mehr. Alle hatten eigentlich gedacht, dass Werner und Y wieder zusammenkommen nach einer gewissen Zeit. Aber er hat es so sehr genossen, dass er jetzt nach Feierabend machen kann, was er will. Es dauerte nicht lange und Werner lernt eines Abends beim Ausgehen eine Frau namens Deborah Stover kennen. Deborah war 24 Jahre alt, also etwas jünger. Die beiden verbringen den Abend zusammen, tauschen Nummern aus und werden bald darauf ein Paar. Und ich sage das jetzt, wie es ist. Ihr kennt sicherlich diese Beziehungen, wo sie nur mit ihm zusammen ist, weil er Geld hat. Ja, genau so eine Beziehung war das zwischen Werner und Deborah. Das hat sofort jeder gesehen. Deborah war abends in den Straßen von Chicago unterwegs, um sich einen reichen Mann zu suchen, der ihr alles, was sie will, finanziert. Das hat, wie gesagt, jeder gesehen. Das heißt, alle außer Werner. Sein Umfeld sagte später, es war so komisch, dass Deborah nur an seinem Geld interessiert ist. Das hat man sofort geschnuppert. Alle haben versucht, ihm das auch mitzuteilen. Doch Werner reagiert auf die Aussagen seines Umfeldes nicht. Er meint nur, Deborahs Zuneigung ist aufrichtig und er räumt ihr schließlich fast sofort direkt einen Zugang zu seinem Konto ein. Deborah geht sofort jeden Tag mit der Kreditkarte von Werner einkaufen, als gäbe es keinen Morgen. Werner ist glücklich. Endlich hat er wieder jemanden, mit dem er Zeit verbringen kann und er verwöhnt gerne seine neue Liebe. Es gibt Berichte darüber, dass Deborah ihm sogar gesagt hat, dass sie nur mit ihm zusammen ist, weil er Geld hat. Keiner konnte Werners Verhalten verstehen. Wie kann ein eigentlich so kluger Mann mit Deborah zusammen sein? Sie sagt ihm sogar noch, ich will nur dein Geld. Ein Freund meinte, sie hat ihn einfach verzaubert. Anders kann man sich das nicht erklären. Logisch ist da gar nichts. Werner hat Deborah gesehen, war total verliebt und hat es wohl so verstanden, dass Deborah ihn nicht liebt für seinen Charme, sein Aussehen, sein Charakter, zumindest noch nicht. Das kommt noch. Dazu muss er ihr nur viele schöne Sachen kaufen. Für mich hört sich das an, als wurde Deborah das neue große Ziel für Werner. Er wollte ihre Liebe gewinnen. Für ihn war sie klug, schön, kontaktfreudig, spannend und weil sie es ihm so schwer gemacht hat, hat ihn das nur noch mehr motiviert. Er dachte wirklich, wenn er ihr alles kauft, was sie will, dann dreht sie sich eines Tages sicher zu ihm um und erkennt, dass auch er ihre große Liebe ist. Deborah nimmt dieses Angebot natürlich an. Sie wünscht sich alles und bekommt auch alles. Von teure Klamotten bis hin zu einem Rolls Royce. Doch Deborah denkt überhaupt nicht daran, nur mit Werner auszugehen. Deborah war, wie gesagt, sehr kontaktfreudig. Sie war abends grundsätzlich unterwegs. Und wenn sie da einen netten Mann getroffen hat, alles gepasst hat, dann ist sie auch mit dem nach Hause. Werner wusste das. Lustig findet er das nicht, aber es hat ihn nur noch mehr motiviert. Er will es schaffen, dass Deborah nur seine Freundin ist und ihn liebt. Nein, viel mehr. Sie soll seine Ehefrau werden. Ja, Werner macht Deborah schließlich einen Antrag, den sie annimmt. Die beiden heiraten dann auch. Aber das ändert nichts. Im Gegenteil. Deborah vergnügt sich trotzdem weiterhin mit Werners Geld und mit allem anderen, was ihr so gefällt. Auch wenn Werner daneben steht. Ja, Deborah hatte Werner wirklich verzaubert und nicht auf die gute Art. Sie hat gerufen und er ist gehüpft wie ein Delfin. Das verändert bald alles. Auch das Miteinander zwischen Y und Werners Töchtern. Deborah mochte Y überhaupt nicht. Sie sagte zu Werner, mit der darfst du nicht mehr reden. Und das hat er dann auch gemacht. Laura und Eva waren nicht zur Hochzeit eingeladen. Werner sieht die beiden nun noch viel weniger. Das war Deborahs Wunsch. Oder um es anders zu formulieren, Deborah mochte nichts, dass Werners Aufmerksamkeit von ihr ablenkt. Wenn es so war, dann hat Deborah ihm es verboten und er hat gehorcht. Sowohl Laura als auch Eva wollten dann aber auch irgendwann nicht mehr zu denen zu Besuch, weil die haben danach zu ihrer Mutter so Sachen gesagt wie, in ihrem Haus ist es komisch. Überall sind nur Bilder von Deborah. Alles bestimmt sie. Alle müssen das machen, was sie will. Es gab im Haus überhaupt keine gemütliche Atmosphäre. Alles wirkte wie ein Laufsteg und Werner achtete nur darauf, was Deborah will. Werner hat sich dann, wenn überhaupt, mit seinen Töchtern zum Essen getroffen. Deborah hat dann spätestens mit der Ehe alles bestimmt. Also es gab davon noch eine Steigerung. Sie hat danach entschieden, was Werner anzuziehen hat. Er musste jetzt teure Markenklamotten tragen, Goldschmuck. Alle haben versucht, mit ihm zu reden. Alle haben gesagt, das mit Deborah ist doch nichts. Er hätte sie niemals heiraten dürfen. Doch Werner hat diese Sätze immer abgetan. Ach was, ich bin doch der mit dem Geld. Sie wird schon noch erkennen, dass ich ihre große Liebe bin. Ihr werdet das alle noch sehen. Und wenn nicht, dann zeige ich Deborah die Tür ganz einfach, weil sie hat ja ohne mich gar nichts. Doch die Monate vergehen und es kam, wie es kommen musste. Werner hat irgendwann keine Freunde mehr, weil Deborah das nicht will. Und die meisten wollten dann auch nicht mehr mit ihm reden, weil sie von sich aus gesagt haben, das, was du da machst, das ist erstens keine Beziehung und zweitens, du blamierst dich. Das kannst du alleine machen. Die ist weg, sobald dein Geld nicht mehr da ist. Und das kam dann schließlich auch so. Nach ein paar Jahren mit Deborah ist das viele, viele Geld, für das Werner jahrelang viel gearbeitet hat, schließlich weg. Y sagte später, da hat Werner allmählich angefangen zu verstehen, dass er in dieser Beziehung keinerlei Kontrolle hat. Sie hat das Sagen. Y wusste das alles nur, weil Werner sich ihr anvertraut hat. Er hat mit ihr immer wieder heimlich telefoniert, weil er wusste, sie wird ihm zuhören. Sie ist für ihn da. Alle anderen wollten von ihm da nichts wissen. Alle hätten zu ihm gesagt, ja, Pech gehabt, wir haben dir das von Anfang an gesagt, dass die nur dein Geld will. Wir haben auch gesagt, heirate die bloß nicht. Jetzt kannst du gucken, wie du klarkommst. Y dachte das alles zwar auch, aber sie war für Werner da. Die beiden haben sich nach wie vor sehr geliebt und sie haben dann halt, wie gesagt, immer miteinander telefoniert. Er hat ihr dann alles erzählt. Er meinte, ja, mein ganzes Geld ist weg. Deborah hat alles ausgegeben und sie will nicht aufhören. Er hat ihr schon so oft gesagt, wenn du unterwegs bist, kannst du schon meine Karte haben, aber überschreite doch nicht das Limit für irgendwelche Sachen, die du doch gar nicht brauchst. Deborah hat es trotzdem gemacht. Sobald sein Zahltag da war, war der direkt wieder weg. Werner wusste nicht, was er machen sollte. Und das Problem war auch, er liebte Deborah nach wie vor. Auf die Idee, ihr die Bankkarten abzunehmen, kam er nicht. Ja, Deborah dachte auch gar nicht daran, weniger Geld auszugeben und nicht nur das. In dieser Zeit lacht sie sich außerdem eine Affäre an mit einem Mann namens John Korobik, einem Möchtegern-Tennis-Profi, der noch bei seinen Eltern wohnt. Dass Deborah sich neben ihrer Ehe mit John vergnügt, das war auch nicht mal ein Geheimnis. Jeder wusste das. John war mit Deborah immer unterwegs. Sie waren sogar zusammen im Laden, haben Werner besucht und John ist auch eine Zeit lang bei denen zu Hause eingezogen, hat da auf dem Sofa geschlafen. Deborah hat ihn dann sogar eingestellt als eine Art persönlicher Assistent. Werner hat das ignoriert, so gut er es konnte. Er hat sich eingeredet. Vielleicht sind die zwei ja wirklich nur Freunde, schon mal daran gedacht. Doch eines Tages sieht Werner sogar, dass Deborah und John viel mehr waren als Freunde. Und eines Abends kann Werner dann nicht mehr. Er lag schon im Bett. Deborah war wieder irgendwo. Als er dann die Haustür hört, geht er nach unten. Und sie hatte nichts an, außer hohe Schuhe und einen Mantel. Die Diskussion, die darauf folgte, war dementsprechend laut. Nach dieser Szene haben sich alle gefreut. Alle dachten sich, endlich hat es kapiert. Aber nein, das Ehepaar verträgt sich wieder und das ging so munter weiter. Deborah gibt nur Werners Geld aus, traf sich nebenbei mit John. Werner findet es heraus, es kommt zur Diskussion. Deborah meint, okay, ein anderer kann mir diesen Geldregen nicht bieten. Sie war dann eine kurze Zeit nett zu ihm und dann ging alles wieder von vorne los. Irgendwann hat Werner gar keine Freunde mehr, kein Geld, gar nichts. Die letzten drei, die ihn unterstützt haben, waren seine Ex-Frau Y und die beiden gemeinsamen Töchter. Die waren mit allem genauso wenig einverstanden, aber die haben sich immer gesagt, wenn wir uns jetzt auch nicht mehr melden, wer weiß, was dann ist. Deborah hat das natürlich gesehen. Darum beschließt sie, dass Werner keinen Kontakt mehr zu seinen beiden Töchtern haben darf. Sie wusste ganz genau, dass Y da irgendwie immer noch im Hintergrund tätig ist. Wenn er so Sachen sagt wie, das ist keine Beziehung, was wir haben, ich lasse mich nicht so behandeln, dann lag das an ihr, weil sie gesagt hat, probier doch mal dieses oder jenes oder sag ihr das, wenn dir das nicht gefällt. So jemanden kann Deborah nicht gebrauchen. Also sagt sie zu Werner eines Tages, die drei darfst du nicht mehr kontaktieren. Und Deborah macht dann auch Andeutungen, dass sie jemanden kennt. Wenn Werner sich nicht an diesen Wunsch hält, dann sorgt sie dafür, dass seine Familie verschwindet. Werner denkt sich auch erst, ja, ja, die soll mal erzählen, bis er eines Tages hört, wie Deborah mit John telefoniert, wo sie konkret planen, dass die Familie weg muss, wenn Werner das nicht einhält. Und das hat tatsächlich dafür gesorgt, dass das Limit bei ihm voll war. Dass dieser Moment noch kommt, damit hat an dieser Stelle keiner mehr gerechnet, aber dann war er da. Werner versteht endlich, das, was er da mit Deborah hat, ist nicht gut. Die sieht in dem nichts anderes als einen sprechenden Geldautomaten. Sie hat ihn wohl nie geliebt. Er muss aus dieser Ehe raus. Werner hat dann Y angerufen und zu ihr gesagt, sie solle sofort die Koffer packen und nach Florida zu ihren Eltern ziehen. Er wird Deborah nun sagen, dass er die Scheidung will und niemand weiß, wie sie darauf reagieren wird. Er schätzt sie zu allem fähig ein. Y hat das dann auch gemacht. Sie ist nach Florida gezogen, aber das war eigentlich dann gar nicht nötig. Als Werner Deborah sagt, dass er diese Ehe nicht mehr weiterführen möchte, reagiert sie überraschend ruhig. Sie stimmte Werner sogar zu. Sie meinte, ja, das, was wir hier führen, das ist ja schon lange keine Ehe mehr und überhaupt. Sie ist dann ausgezogen zu ihrem dann festen Freund John. Werner war sehr zufrieden mit dieser Entwicklung. Y sollte dann noch etwas in Florida bleiben, bis alles geregelt ist? Ich würde euch jetzt gerne sagen, dass das mit Deborah und Werner vorbei war. Auch offiziell, aber das war es nicht. Sie war trotz allem immer noch da. Sie hat ihn dann sogar noch öfters im Laden besucht und hat dann sogar versucht, eine gute Beziehung zu seinen Töchtern aufzubauen, was alle sehr daneben fanden. Aber Deborah konnte diese nette Rolle, die sie da gespielt hat, nie lange spielen. Sobald sie gemerkt hat, okay, Werner entfernt sich wirklich von mir, dann kam es zur Diskussion. Einmal ist sie mit der Tochter bis in die Puppen irgendwo unterwegs gewesen. Und Werner sagt dann, hey, die ist erst 14, also das machst du nicht nochmal. Und dann kamen von ihr wieder so Sätze wie, ja, die verschwindet, deine Familie. Und dann mal sehen, wen du noch hast. Da wurde Werner klar, okay, er muss diese Beziehung beenden, auch auf dem Papier und allem. Er hat sich in dieser Zeit sogar umgesehen. Er wollte Personal einstellen, das dann vor seinem Haus steht, dass Deborah ihn wirklich nie wieder ansprechen kann. Weil sogar noch an diesem Punkt hat sie es stellenweise immer noch geschafft, Werner zum Tanzen zu bringen. Als Deborah endgültig auszieht, diesmal wirklich, versucht Werner auch wieder, sich alles, was er einmal hatte, wieder aufzubauen. Das erste war, dass er Y bittet, zu ihm zurückzukommen. Er meinte zu ihr, dass er sie nach wie vor liebt. Er hat sie immer geliebt, er will seine wahre Familie zurück, er will alles wieder gut machen. Y und die Töchter sind dann auch wieder zurück zu Werner ins Haus gezogen, auch wenn Y meinte, das mit der Beziehung, das lassen wir erst einmal noch, dazu brauche ich noch Zeit. Y hat dann auch wieder tagsüber bei Werner im Laden ausgeholfen. Sie hat wieder die Buchhaltung übernommen und sie meinte später, sie konnte es nicht glauben, als sie die Abrechnung gesehen hat. Deborah hatte wirklich das ganze Geld ausgegeben, das Werner hatte. Nicht nur seins, auch dass der Firma, sie waren so weit im Minus, dass die Lieferanten nur noch gegen Zahlungen im Voraus geliefert haben. Werner hatte eine zweite Hypothek aufs Haus aufgenommen, aber das war jetzt alles egal. Er hat endlich verstanden, das alles ist nicht gut, relativ spät, aber besser als nie. Am 6. Juni 1982 freut sich Werner auf einen entspannten Abend mit seiner Familie. Er will heute alle groß ins Restaurant ausführen, das heißt alle außer Laura, die waren dem Abend nicht in der Stadt. Werner war sehr glücklich. In ein paar Tagen würden er und Deborah alle Papiere unterzeichnen, er war auf dem besten Wege, Y wieder für sich zu gewinnen, dann war der Zauber endgültig vorbei. Alles war tutti. Nach der Arbeit geht Werner kurz nach Hause, er möchte vorher noch duschen. Um 21 Uhr sitzen Y und Tochter Eva im Restaurant und warten und warten. Aber Werner kommt nicht. Jetzt war das in den 80er Jahren, man konnte da nicht einfach eine Nachricht schreiben, man musste zum nächsten Münztelefon, da musste man auswendig wissen, wo die sind, wenn das Restaurant keins hatte. Doch dann steht zur großen Verwunderung der beiden plötzlich Deborah im Restaurant. Sie meinte, ja, Werner verspätet sich, der ist noch zu Hause, der muss noch duschen, sie würde so lange hier für ihn sitzen und ihn vertreten. Y und Eva empfinden das als sehr komisch. Deborah wollte mit Y nie im selben Raum sein und jetzt saß sie bei ihnen am Tisch, lächelte, war fröhlich und gut drauf. Immer wieder wollte einer von beiden aufstehen und Werner anrufen, wo er denn bleibt, aber jedes Mal sagt Deborah, der kommt schon noch, macht dir keine Gedanken. Die drei essen schließlich, es war eine sehr komische Szene. Danach wird Deborah mit den beiden noch um die Häuser ziehen. Sie meinte, Werner hat so viel Arbeit, der ist bestimmt eingeschlafen, machen wir uns doch einen netten Abend. Und Y ist dann irgendwann nach Hause gegangen. Um vier Uhr morgens stehen dann Deborah und Eva vor Werners Haus. Eva wollte halt einfach wissen, was mit ihrem Vater ist. Sie hatte so ein komisches Gefühl. Und wie es sich herausstellt, hatte sie damit nicht Unrecht. Zuerst fällt ihr auf, dass Werners Auto noch in der Einfahrt steht. Das war komisch, er hat normalerweise immer in der Garage geparkt. Und je näher sie dem Haus kommen, desto mehr hören sie etwas. Und zwar laute Musik. Deborah und Eva sind dann ins Haus rein, die Treppe rauf. Sie folgen der Musik. Und sie finden Werner, wie er leblos auf dem Boden des Schlafzimmers liegt. Wie die Beamten, die den Fall bearbeiten, schon nach einigen Minuten sicher sagen können, ist wohl jemand in das Haus, während Werner unter der Dusche war. Die Person hat dann mit einer Waffe im Schlafzimmer auf ihn gewartet. Deborah meinte dann sofort, woher sie das wissen. Könnte es nicht sein, dass Werner das selber gemacht hat, weil er wollte alles beenden, das Geld war ja weg. Als ob sie überhaupt nicht wüsste, warum er kein Geld mehr hat. Die Beamten meinten dann gleich, nein, nein, das kann nicht sein. Also Werner kann ja nicht von alleine 14 Mal abgedrückt haben. Das geht nicht. Ich muss wohl nicht großartig sagen, dass natürlich alle sofort gerufen haben, dass Deborah dafür verantwortlich ist. Why? Verners Töchter und auch seine Angestellten meinten alle, das war Deborah. Und wie die Beamten dann feststellen, kommt auch nur Deborah in Frage. Scheinbar hat sie, als Werner ihr mitgeteilt hat, dass er die Beziehung nicht mehr weiterführen will, gemerkt, okay, der macht nun wirklich nicht mehr, was ich sage. Aber Deborah war an diesem Punkt auch schon so weit, dass sie gesagt hat, ich will jetzt auch offiziell mit John zusammen sein. Ich kann nicht mehr so tun, als würde ich Werner mögen. Und sie war wohl auch der Ansicht, dass sie mit einem großen Plus aus dieser Ehe heraus geht, weil es gab keinen Ehevertrag. Also steht Deborah eigentlich 50 Prozent von allem zu, was Werner besitzt. Ja, auch seine Firma. Deborah hatte sich Wochen zuvor erkundigt, was sie bekommt, wenn die Ehe beendet wird. Und wie sie feststellt, hatte Werner wirklich gar kein Geld mehr. Wenn es soweit ist, kann Deborah maximal ihr Auto, ihren Schmuck, ihre Kleidung behalten. Das Haus würde man verkaufen und die Möbel genauso. Wenn ihr überhaupt etwas übrig bleibt, weil Werner muss erst einmal gucken, dass er ins Plus kommt, weil sie hat ja das ganze Geld ausgegeben. Bei der Firma war es ein bisschen anders. Da wird wohl ein Gericht entscheiden müssen, wem die jetzt gehört. Aber Deborah hatte nicht wirklich hohe Chancen auf diese Firma. Es gibt Belege dafür, dass Deborah sich erkundigt hat, was sie bekommt. Und das war ihr wohl viel zu wenig. Denn eine Sache gab es noch. Werner war natürlich gut versichert. Im Falle eines Falles hätte Deborah 800.000 Dollar von der Versicherung bekommen. Und ihr müsst bedenken, das war in den 80er Jahren. Heute wäre diese Summe vergleichbar mit etwa 2 Millionen Dollar. Das war schon ein Sümmchen nach Deborahs Geschmack. Sie hat dann auch relativ schnell die Versicherung informiert. Sie wollte das Geld, sobald es geht, haben. Y und ihre Töchter konnten es nicht glauben, dass sie so weit geht. Aber man konnte ihr nichts nachweisen. Dass man sich am Ende einer Ehe erkundigt, was man bekommt, ist ja wohl auch irgendwo logisch. Besonders, wenn man selber niemals arbeiten möchte. Und Deborah war ja die ganze Nacht unterwegs. Werners Familie konnte das am besten bestätigen. Und natürlich haben die Beamten dann auch mit John gesprochen. Eva war in der Nacht, als sie Werner gefunden haben, der Meinung, dass sie jemanden gesehen hat, der um das Haus herumwuselt. Und so von der Statur her ist sie sich sicher. Das war John. Aber man kann ihm auch nichts nachweisen. Er hat den gesamten Abend bei einem Freund verbracht. Das wurde geprüft. Das hat gestimmt. Und die zwei waren dafür verantwortlich. In irgendeiner Form. Der eine mehr als der andere. Aber beide haben das sicherlich alles geplant. Eventuell haben sie aber jemanden engagiert, der sehr schlau war. Denn es gab keine Beweise. Gar nichts. Niemand konnte es glauben. Deborah war für all das sicher verantwortlich. Und sie kam damit durch. Was darauf folgt, war eine wochenlange Diskussion zwischen Y und Deborah. Die drei wussten nämlich, dass Werner direkt, nachdem er gesagt hat, das mit Deborah ist vorbei, dass er sofort die Papiere hat ändern lassen. Er sagte zu Y, im Falle eines Falles sollen meine Töchter die 800.000 Dollar bekommen, damit Deborah, falls sie irgendetwas plant, mich loszuwerden, am Ende mit so wenig wie möglich dasteht. Werner hatte den Auftrag auch schon rausgegeben. Die Versicherung hat alles geändert. Doch als Werner dann die neuen Papiere erhält, stellt er fest, dass Deborah nach wie vor als begünstigte Person drinsteht. Werner hat sofort dort angerufen und gemeint, das stimmt nicht. Die Versicherung meinte, upsie, das ändern wir. Sie kriegen die Papiere sofort wieder und dann passt alles. Und jetzt war es so, Deborah hat behauptet, ihr stehen die 800.000 Dollar zu. Werner hat diese Firma niemals angerufen, um die Papiere ändern zu lassen. Und Y meinte, nein, das hat er mir selbst gesagt. Er hat diese Papiere ändern lassen, nur die Firma hat es nicht richtig gemacht. Aber das war sein Wille. Die Töchter müssen die 800.000 Dollar bekommen. Es ging ihr natürlich nicht ums Geld, aber Deborah sollte es natürlich auch nicht haben. Die Versicherung meinte, so einen Fall haben sie noch nie. Sie wissen jetzt auch nicht, was sie machen sollen. Sie werden den Fall erst einmal intern besprechen. Bis dahin bekommt Deborah 500.000 Dollar ausgezahlt. Den Rest kriegt die Person, wenn alles geklärt ist. Deborah war dann natürlich sehr zufrieden damit. Sie hat weiter in dem Haus gewohnt, in dem sie bis zuletzt mit Werner gelebt hat. Alles hat ihr alleine gehört. John ist dann mit in das Haus eingezogen, auch wenn das Paar sich dann nach einigen Monaten Beziehung trennt. Deborah verkauft dann das Haus von Werner, zieht in ein kleineres, und genießt den Alltag in vollen Zügen. Sie lässt das neue Haus aufwendig renovieren, kriegt dann aber Ärger, weil sie am Ende die Bauarbeiter nicht mehr bezahlt. Schließlich gibt die Versicherungsfirma bekannt, dass es keinen Beleg dafür gibt, dass Werner wirklich wollte, dass seine Töchter die 800.000 Dollar erben. Y wusste nicht, was sie machen sollte. Wie gesagt, es ging ihr gar nicht ums Geld. Doch Deborah sollte gar nichts haben. Sie hat sich doch ohnehin schon alles genommen. Und nun auch das. Werner war nicht mehr da, und Deborah kam mit allem durch. Monate später geht an einem bestimmt schönen Tag ein Mann namens Kenneth Canel seiner täglichen Arbeit nach. Ken hat sich seinen Lebensunterhalt damit verdient, dass er Dingen von anderen mobst und diese dann mit Gewinn weiterverkauft. Ken konnte alles gebrauchen, von Handtaschen bis hin zu Autos. An diesem Tag stand für Ken ein Verkaufsgespräch an. Jemand wollte sich die Sachen, die er hat, ansehen und eventuell etwas kaufen. Ken dachte sicherlich, das wird ein guter Tag, bis dieses Verkaufsgespräch stattfindet und er auf einmal die Worte hört. Okay, Hände da, wo ich sie sehen kann. Ja, ein verdeckter Beamter hatte ihn seit Wochen beobachtet und jetzt wurde er einkassiert. Und wie sich herausstellt, führt Ken ein Auto, das ursprünglich mal John Korobik gehört hat. Die Ermittler hatten gehofft, sie haben mit Ken endlich die bisher unbekannte Person gefunden, die in jener Nacht auf Werner in seinem Haus gewartet hat. Die Beamten meinten dann zu Ken, also das, was er da so macht, um sich sein Einkommen zu finanzieren. Das ist natürlich nicht in Ordnung, aber sie haben heute eventuell einen guten Tag. Wenn er auspackt, was er über John, Deborah und Werner Hartmann weiß, dann besteht die Möglichkeit, dass er gehen darf. Ken war sehr glücklich über diese Chance. Er hat schon zuvor damit angegeben, dass er durch seine Arbeit ja viele Kontakte hat. Er könnte schon das ein oder andere ungelöste Mysterium aufdecken. Er würde da doch sehr gerne helfen. Ken war sogar der beste Freund von John. Tatsächlich wird dann sogar in seiner Wohnung eine Waffe gefunden, die passt. Aber er sagt nur, dass Deborah und John ihm damals angeboten haben für mehrere tausend Dollar plus das Auto von John, wenn er dafür sorgt, dass sie Werner nie wieder sehen müssen, aber diesen Auftrag hat er laut eigener Aussage nicht angenommen. Ken meint, es war John, der in jener Nacht im Haus war. Mehr wüsste er aber nicht. Das war eine sehr interessante Information. Das Wort kaufen war wohl das Puzzleteil, das bisher immer gefehlt hat. Die Beamten finden außerdem heraus, dass Deborah war an dem Abend nicht zu Hause. Das ist sicher. Das können sehr viele Leute bestätigen. Aber John war ja angeblich bei einem Freund und da stellte sich heraus, dass John diesem Freund 3000 Dollar gezahlt hat, dass der später sagt, hey, ich war die ganze Nacht bei dir, sollte dich irgendjemand fragen. Allmählich wird das Bild immer klarer. Und dann kommt noch eine sehr interessante Information. Der Mitarbeiter der Versicherung, der für Werners Unterlagen zuständig war, der hat bei dem ganzen Plan mitgemacht. Die Beamten rekonstruieren den Fall folgendermaßen. Deborah hat Werner nie geliebt. Er war für sie nichts als ein sprechender Geldautomat. Sie hat es sehr genossen, dass ein eigentlich so intelligenter und auch erfolgreicher Mann alles gemacht hat, was sie will und mehr aber auch nicht. Darum schaut Deborah sich immer wieder nach anderen um. Schließlich trifft sie John Korobik, der eher ihrem Geschmack entsprach. Das Problem war nur, er hatte gar kein Geld. Deborah ist dann in einer Ehe mit Werner und in einer Beziehung mit John. Als sie merkt, dass Werner allmählich auch kapiert, dass diese Beziehung, diese Ehe nur existiert, weil er Geld hat und er lässt sich auch von Deborah dann irgendwann nichts mehr sagen. Als sie äußert, dass seine Töchter verschwinden werden, reicht es ihm. Da ist sie dann eigentlich recht froh, dass er die Scheidung vorschlägt. Sie erkundigt sich dann, was für sie übrig bleibt. Sie dachte, sie kommt mit einer großen Summe aus dieser Ehe heraus. An ihrem Alltag wird sich nichts ändern. Der wird ihr dann alles bezahlen müssen. Doch es stellt sich dann für sie heraus, dass wirklich alles weg ist. Deborah umschmeichelt dann den Mitarbeiter der Versicherung. Er soll die Papiere nicht ändern und so tun, als hätte Werner ihn nie darum gebeten, diese Papiere zu ändern. Am 8. Juni 1982 gibt Deborah wahrscheinlich John den Schlüssel. Sie wusste, dass er an dem Abend zu Hause war und noch duschen wollte, weil er verabredet war. Sie hatten sich am Nachmittag getroffen und er hat es ihr dabei erzählt. John wartet im Schlafzimmer, bis Werner aus dem Badezimmer herauskommt. Danach dreht er die Musik auf, weil er hofft, dass Nachbarn ihn dann finden. Deborah und John dachten sich, es ist ja noch besser, wenn andere ihn finden. Doch der Plan geht nicht auf. So geht Deborah am Ende mit Eva um 4 Uhr morgens in das Haus, wo sie die Ahnungslose spielt. Leider bleibt das alles nur eine Theorie, weil es gibt nach wie vor keine Belege. Das liegt daran, dass John und Deborah alles, was sie gebraucht haben, in bar bezahlt haben. Viele Dinge, die man heute machen würde, konnte man damals nicht machen, wie Telefonlisten durchsehen, Kameras einsehen. Der Mann bei der Versicherung hat alle Unterlagen, die etwas beweisen könnten, nicht mehr vorzeigen können. Die waren laut ihm einfach weg. Es ist interessant, denn das Limit wurde kurz vor alledem heraufgesetzt. Eigentlich sollte Deborah erst nur 500.000 Dollar bekommen, dann 800.000. Es gibt die Vermutung, dass Deborah für Werner einfach irgendwelche Unterlagen unterzeichnet hat. Diese Unterschrift müsste man sehen, aber die sind irgendwo in den unendlichen Weiten des Universums verloren gegangen. Ja, das ist alles nicht so einfach. Die Beamten haben alles versucht, um den Fall aufzuklären. Sie haben sogar Ken mit einem Mikrofon ausgestattet. Er sollte sich mit Deborah treffen und im besten Fall aus ihr herausbekommen, dass sie und John das alles geplant haben. Aber Ken hat nur so getan. Als die beiden im Auto miteinander gesprochen haben, hat er so dezent sein Hemd hochgehoben und ihr gezeigt, so nach dem Motto, sag bloß nichts, hier hört jemand mit. Das war dann leider nichts. 1989, sieben Jahre nach alledem, reicht es den Beamten. Sie geben alles, was sie haben, weiter an ein Gericht und sie hoffen einfach, dass es reicht. Dass die Familie von Werner ihre Ruhe hat. Und so war es dann auch. Ken bekommt 20 Jahre, John Korobik 16, Deborah 22 und der Mann, der bei der Versicherung gearbeitet hat, bekommt zwei Jahre. Die Töchter von Werner sind danach auch nochmal vor Gericht. Sie meinten, es ist nicht fair, dass Deborah die 500.000 Dollar ausgezahlt bekommen hat. Die hätte sie ja nie bekommen dürfen. Sie hat ohne die Erlaubnis von Werner die Unterlagen geändert und auch unterschrieben. Irgendeines davon muss ja stimmen. Und das Gericht hat ihnen dann auch Recht gegeben. Die Firma musste ihnen die restliche Summe, die noch da war, ausbezahlen. Das war zumindest ein kleiner Sieg am Ende. Ja, diesen Fall einzuordnen ist sehr schwer. Für die meisten klingt das alles sicher logisch. Warum hat Werner eine Beziehung mit so einer Frau angefangen, die ihm ja schon von Anfang an gesagt hat, dass sie nur an seinem Geld interessiert ist? Warum hat er das alles mit sich machen lassen? Es war Liebe, schlicht und ergreifend. Werner war so verliebt in diese für ihn junge und schöne Frau, die mit ihm jeden Abend unterwegs war, die viel mit ihm geredet hat. Und es hat sehr lange gedauert, bis er gemerkt hat, in was für einem Luftschloss er da eigentlich sitzt. Und da war es schon zu spät. Und auch was das Umfeld angeht, ich muss ehrlich sagen, aktuell habe ich auch so etwas wie eine Deborah in meiner Nähe. Nicht bei mir persönlich, das betrifft eine Freundin von mir. Und ich kann nur bestätigen, man kann bei sowas einfach nichts machen. Das bei meiner Freundin ist fast genau dasselbe. Eine Frau, die sich einen reichen Mann ausgesucht hat, nur weil er Geld hat. Sie sorgt dafür, dass keiner mehr mit ihm redet. Die haben letztes Jahr geheiratet und seitdem gibt sie sein ganzes Geld aus. Die hat allein in drei Monaten Ehe über 30.000 Euro ausgegeben. Alle sagen zudem von Anfang an, die will nur dein Geld, heirate die nicht. Aber wenn jemand verliebt ist, kannst du so gut wie nichts machen. Du kannst nur hoffen, dass er oder sie, sowas gibt es ja andersrum genauso, eines Tages dann doch merkt, das ist keine Beziehung. Das führt nirgendwo hin. Würde euch so eine Story interessieren? Also ich würde natürlich Namen und alles weglassen. Und ich müsste da vorher auch um Erlaubnis fragen, ob ich das erzählen darf. Interessant ist es auf jeden Fall. Lernen kann man dabei einiges. Eventuell hat jemand von euch auch ähnliche Erfahrungen gemacht. Bei mir ist es zum ersten Mal, dass ich sowas also direkt bei mir in der Nähe habe. Und es ist einfach unglaublich. Du siehst jemanden, von dem du eigentlich denkst, warum kommt die Person da nicht drauf und diese Person trifft eine falsche Entscheidung nach der anderen. Nun gut, das Video geht schon sehr, sehr lange. Darum kommen wir zum Ende. Ich denke, was man von Werner lernen kann, ist, dass Geld alleine nicht glücklich macht. Es ist nicht schön, wenn du nie zu Hause bist. Denn Momente mit den Menschen, die dich ehrlich lieben, das ist mehr wert als alles andere. Wie immer frage ich zum Schluss, wer kannte diese Geschichte? Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.